Ähm, ich habe jetzt vor, das Wehen dort zu gucken. Mal gucken, was sich da geändert hat. Jo. Mal schauen. Ja, ich will das Wehen dir dem benutzen. Gucken wir mal, was passiert. Lili schrieb einen Song. Männig, ist ja langweilig. Naja, dann, den brauchen wir aber jetzt nicht anhören. Hier vorne haben sie aber auch was hier gewonnen, ne? Mhm. Wir freuen, gar nicht auffallen. Daher ich herkomme, ist doch mal Geschenke. Wir haben jetzt ca. 43 Kämpfe oder so. Ja, bestimmt so. Hallo, hier ist euer Geschenk. Ihr kriegt Magie später. Hallo, hier ist euer Geschenk. Ihr kriegt Magie später. Wow. Zwei Magie später. Umsonst. Hm. Mhm. Und die Counter wieder auf Null gesetzt. Genau. Ne, Splitter, Trau und Energie. Magie später, Magie mehr. Ich glaube, das erklärt sich. Hier fliegt eine Schlacke durch den Raum. Leckt mich überhaupt nicht ab. Ne, überhaupt nicht. Gut, dann, überauf was ist eigentlich wieder? Speichern und schlafen. Ja, Speichern und schlafen empfehle ich oft. Das ist das Schöne. Und es kostet so viel, das ist so teuer. Wir haben mit sehen. Zenny. Jo. Das kann doch kein Zwei bezahlen. Doch, ich denke nur gerade, du warst das letzte Mal beim Neville gewesen im Wald. Hast du hier hatte, beschlüsselt, zerkleinert und Christian fühlt sich Zenny. Ich bin ja nur vier Übernachtungen. Genau. Na gut, das war so ein bisschen. Bis zum nächsten Mal. Bis. So, jetzt gehen wir nochmal ins Wehendorf und gucken dann mal nach. Mal schaue. Größtes Dorf ist erweitert. Schaffte neuen Platz. Lilly schrieb eine Song. Größtes Dorf ist erweitert. Schaffte neuen Platz. Klasse. Wow. Das sieht ja richtig groß aus. Ist auch größer. Hallo, hier ist euer Geschenk. Stark und nervlich. Ihr kriegt Magie später. Hier ist euer Geschenk. Magie... Ihr kriegt Magie-Splitter. Yeah, zwei Magie-Splitter. Ich habe ja auch beim Leveln gegen diese Felsen nochmal gekämpft. Und so ein, zwei Eiweiß geklaut. Ja, zwei. Boah. Das ist auch immer gut. So, Magie-Splitter. Ja. Boah. 200 Leben und 155 Magie. Jupp. Ja. Da gucken wir uns noch die neue Musik an und dann machen wir uns wieder einen Cut. Genau. Danke fürs Kommen. Willst du mein Lied hören? Ja. Ja. Alter, wie viele? Ganz schön viel schon. Dieb. Oder Räuber. Jo. Thief. Ja, das ist das, wenn sie sich nachts sich irgendwo angeschlichen haben zum Einbrechen oder so. Hm. Walking the road? Das hatten wir doch schon, oder? Das ist in der Höhle, auf jeden Fall. Ich meine, das kam einfach auf den Weg so, nur er war in der Höhle. Eden? Aha. Das ist gespoilert. Ich kriege Musik, die noch nicht da war. Okay. Anscheinend. Das ist in der Stadt, wo die Weckkäufer veranstaltet wurden. Ich weiß nicht, wie sie heißt. The Champion. Ich weiß nicht, wie sie ist. Das ist innerhalb dieser Turnierräume. Turning Point. Das hatten wir auch schon im Let's Play gehabt, meine ich. Aber ich weiß jetzt nicht, wo. Hm. Ich weiß nicht, wo ich weiß, was ist das. Ich weiß nicht, wo ich weiß es ist. Na ja. Sag es nicht. Ich weiß nicht, wo ich weiß es ist. Die Musik kam auch noch nicht vor. Mal schauen. Das ist das, wenn ich mit dem Schiff fahre. Heavy Echo. Auch wieder Höhlenmusik. Mit der nur... Hm. Hehe. Oh, da täusche ich mich jetzt. Auf jeden Fall irgendwas mit Höhle, kenne ich das. So wie, äh, Geteiltene Höhle zum Beispiel. Ja, da war. Das war das Lied, als wir die toten Babys gefunden haben, der nur... Oh. Traurig. Missing. Ja, das ist da, wo Ryo alleine war und Ray und Tipo weg waren. Hm. Dangerous feelings. Ich glaube, das war zum Beispiel Daunermine. In dem Bereich mit den ganzen Zombies und allem. Of Gods and Dragons. Ich glaube, das war zum Beispiel Daunermine. Wie ist denn das eigentlich, wenn du die einmal bekommen hast, die Lieder? Kannst du die dann auch wieder verlieren, oder? Nicht, dass ich das... Ich denke, die bleiben. Auch wenn du mal beispielsweise keinen Beruf hast. Für das... Ich denke, die bleiben. Ich bin da auch nicht sicher. Ja. Das wird der Flugheiz, oder so? Ja. Ist irgendwas mit Flug. Da fällt mir das ein, wo Ryo und Nina geflüchtet sind. Vor Badiotanda. Hier steht ja. Wo Nina dann dieses, äh, Gerät abzerstellt hat, um das zu aktivieren. Es gibt noch andere Stellen, wo das lief, aber mir fallen die gerade nicht ein. Oder sie kommen einfach noch. Ich glaube, das war auch, als man anfing als Drache und die Gangsleute gerastet hat. Das könnte auch sein. So, poor Major. Ach, das sah das mit Bades Training. Okay. Okay, das war's dann. Jo. Das ist in To The Music, die dritte oder so. Keine Ahnung, fünfte. Keine Ahnung. Aber du siehst, hier ist eine verschoben, etwas weiter nach links. Und hier ist jetzt die Treppe. Jo. Dann hast du hier einen Raum. Und da einen Raum. Und da können auch noch wieder Fähne arbeiten. Richtig. Hilft uns Hilfe. Sagt uns, was wir tun sollen, um unseren Dorf fertig zu bauen. Ihr wisst doch, was zu tun ist, oder? Ja. Okay, von jetzt hängt es von euch ab. Und wie wir sehen, ist hier noch ein Platz 2. Hier, Kopie ist ein neuer Job gewesen. Ich glaube, Casino hatten wir auch schon. Ja, Musik, Trödel, Forscher. Ich glaube, das hatte ich schon alles erklärt. Jo. Ja, dann... ...ge ich speichern und dann... ...glaube ich, höre ich auch heute ein bisschen mal auf. Jo, okay. Super. Ich habe jetzt, glaube ich, zwei, drei, vier Stunden gemacht. Hm. Ist einiges an Zeit. Dann auch noch trainiert. Für meine Verhältnisse ist das viel gelavelt, weil ich mag gelavelt nicht so sehr. Aber schön ist, wenn man dabei nicht alleine ist und sich unterhalten kann. Genau. So. Das macht am meisten Spaß. Dann... Ne, Memorik hat eins. Genau. Erzähl mal, wo ich das letzte Mal gespeichert habe. Ja, drei, vier Stunden. Ich habe natürlich auch zwischendurch mal gespeichert. Mhm. Ja. Aber an den anderen Spielständen kann man das ja sehen. Ja. Das sieht man auch. 36... Äh, 46 Stunden. Oh, das wäre es dann. Und man sieht sich dann beim nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten Mal. Und für diejenigen, die zugucken, weiter zu den Meistern. Guck, ob ich was kriege. Wenn nicht, wird die auch nochmal einfach gelöscht. Ja, mal schauen. Sehen wir dann. Joa. Momo hatten wir beim letzten Mal. Also geht's jetzt weiter mit Nina. Genau. Wie geht's dir? Weißt du, viele machen sich lustig über... Verstecken spielen. Aber wir hatten Spaß. Nicht wahr? Über Cup arbeiten die Leute wie dich. Als Belohnung für die Schufterei gebe ich dir dies. Nina lernte, die fährscht. Sag mal, von euch will keiner meinen... ...lehrling werden, oder doch? Hm. Ich glaube ja, aber dann doch nicht. Okay, dann nehmen wir uns. So, ich glaube... Haben wir ihn schon? Äh, beißt ja. Das Skype-Geräusch werden wir jetzt mal gekott ignorieren. Hm. Hey, danke, dass... ... ihr den ganzen Weg gekommen seid, um mich zu sehen. Möchte irgendjemand mein Lehrling werden? Ja. Nina. Okay, das heißt, wenn Nina Level 33 ist, sind wir fertig. Okay, Nina, Level 33. Hm. Und dann geht's weiter. Genau, dann geht's weiter mit der Story. Ich kann ja, äh... ...jetzt mal sagen, was wir bisher haben. Ähm, vergesst jetzt wieder nicht so sehr. Also wir haben einmal jetzt die neue Form Magie. Magie hinter Mitschreiter erhöht. Jede Runde SP-Erneuerung. Ach so ist das. Ja, dann fehlt halt noch eine Form. Jede Runde SP-Erneuerung. Hm. Und was dann noch kommt, weiß ich nicht, was die vierte Sache ist. Das werden wir dann noch sehen. Ich weiß ja nicht, was Armor-Leier sein soll. Spoilern. Na ja. Gut, Stärken hab ich irgendwann zwischendurch gelernt. Kostet 50. Deswegen hab ich auch ein paar Magie-Spitter bei Rio-Rei gepowert. Genauso wie ein paar Lebensspitter. Ich hab auch, äh, mal zwischendurch ein was gegeben. Hab ich auch wieder ein paar neue. Nina hat noch Schneeschirrm gelernt. Hm. Ich glaube, auf Level 29 oder so hat sie das gelernt. Level 30 hat sie jetzt nichts gelernt. Oh, Moor hat glaube ich nichts gelernt in der Zeit. Reicht ja auch schon das, was hier hat. Drachen-Gehen hab ich auch noch keine neuen. Da fehlen mir noch vier Stück. Ja, die kommen bestimmt noch. Joa. Und dann guck ich mal wegen Eiweiß. Joa, da hab ich drei Stück. Da geb ich mal... ... jeder ein paar. Joa. Joa. Dann bis zum nächsten Mal. Also ich denke mal, äh, für euch wird das noch ein paar sein. Deswegen, lasst euch nicht vor ein bisschen bis zum nächsten Mal irritieren. Nur das seid so. Obwohl dann glaube ich... Joa. Joa. Dann sag ich, äh, bis gleich oder so. Keine Ahnung. Bis gleich. Joa. Schreibt mir ja gerne in den Kommentar schreiben, was man eigentlich sagt. Oder wie man sich fällt. Oder, keine Ahnung. Joa. Joa. Kennt eure ständigen Trainings und Glauben an Gott. Lohn ich euch mit diesem Geschenk. Riolerte segnen. Joa. Segnen. Möchte jemals hier trainieren. Ja. Nein. Bis ihr uns wieder begegnen könntet, konnte mit euch sein. Ich glaube nicht an Gott und ich werde auch nicht an ihn glauben. Niemals. Du und Gott, das kennen wir ja jetzt schon. Ich glaube nicht dran. Ist für mich Schwachsinn. Wenn andere glauben wollen, könnt ihr das machen. Beleidige auch keinen für, aber für mich ist das Schwachsinn. Was mir noch auf den Sack geht, ähm... Ist wenn einer versucht, irgendwie mich zu überzeugen oder so'n Scheiß. Dann wäre ich böser. Hm, das braucht man nicht. Ich finde, jeder kann glauben, was er glauben möchte. Und glauben... Ja, gib ein... Ja, wo scheint was auszuhalten? Joa, anscheinend. Oi, nett. Da hat man auch die eine Form gesehen mit der Regeneration. Die Regeneration ist schon klasse. Heyo, na, ra! Regen... Regeneration ist schon klasse. Ich war, dass man sich selbst angreifen kann. Hehehe. Geh. He. Ich will ja die Fähigkeit auslesen, ne? Dafür brauche ich zwei Tote. Danke! So. Und der große Test beginnt. So. Okay, deswegen das Fragezeichen. Es kann also auch schiefgehen. So. Kann aber auch schiefgehen, wie wir sehen. Hm? Kann sie ja noch mal probieren. Und Nina heilt sich selbst. Was? Hm. Warum war das hier? Und... ...das. Sieht nett aus. Sieht nett aus. Okay, dann werden wir den noch töten und dann... ...Schehendorf. Oh, da ist Wasser gegen. Schehendorf ist immer gut. Ja, schon. Du hörst mich nicht. Doch, ich höre dich noch. Alter! Ach, klar! Zwei, hundertfünfundwanzig. Yeah! Jupp. Ja, ja, die Verzögerung durch den Stream. Bei Twitch. Auf meinem privaten Kanal, auf den man nur mit Passwort kann. ... ... ... ... Was? 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 Wir schenken werde ich mir noch nicht holen! Ich werde nur gucken, was es Neues gibt! DER DRAGONSTONE Ja! anderes ich meine ich möchte auch gerne alles komplett einhören aber das kann ich nur offline machen genau das gibt es nur offline das gehört zum Teil der ersten Prozent gibt auch eine Playlist auf YouTube wo man die ganzen Lieder an der Katze ist man genau und dann ich vergesse jetzt hätte sie geht zu speichern noch mal rein aber das heute Prozent außerhalb des Dreams genau wir sehen uns dann beim nächsten Meister wieder oder genau bis bis zum nächsten Meister